Dann lass uns noch die letzte Filmrolle ansehen. Du lebst, aber wirst du die Weg? Du machst ein Charakter, du zerstörst den anderen. Welcher ist welcher? Du folgst die Grundsatz, siehst du durch die Kraft. Ja, 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 lass mich wieder zurück. Du willst durch die Tür gegangen? Ich wollte in die Filmrolle gucken. Du bist in die Tür gegangen. NICHT 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 Du schlägst gegen den Kürzen. Kampf gegen alle die Krieg. Okay, ja klar. It won't be me. Schön, schön, schön. Aha. Ah. Äh. Schön heil. Now they knew why they feared freedom, why they hid, flowed with the tide, and pretended to be one with the void inside them. Now in place of the void, there was a sea. Restless, roaring, terrifying. Once they saw it, once they lit a flame in their soul, there was no turning back. No other way. Again, they felt the eyes of eternity upon them. They were here before. They faced that choice in the past. They felt the stare. Now, for the first time, they stared back. The end of the scene was again. The end of the scene was again. Aha. Ja gut. Flamme, Wahrheit, Verwandlung, den Teufelskreis durchbrechen. Hier und jetzt für immer in der Schleife. Wer lebt, wer stirbt, wer zum Teufel bin ich. Er, sie, er, sie, er, sie. Wir durchgestrichen, ich. Ist jetzt alles so im Unterwasser-Look, oder wie? So ein bisschen, ja. Dieser Ort führt sich so vertraut an, als ob ich bereits hier gewesen wäre. Und doch kann ich meinen Weg nicht finden. Es muss einen Weg geben. Under the sea. Do you see now? You tried to fix me. Instead, you broke yourself. No, 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 no. A jitter? Suits? To the suite. Ah, Süßes für die Süßen? Ja. What the? Du hast Buffet, nee, Bitteres für die Verbitterten. Ja, okay. Oh, Fantanien. Oh, Spieglein, Spieglein. Sollten wir das jetzt hier nicht drehen? Wenn nicht, mach doch nochmal wieder Süßen für die Sü-Sü-Süßen. Aber warum ist denn das eine auf Deutsch und das andere auf Engel? Ach. Wir müssen, glaube ich, alle Spiegel, wir müssen mal Step by Step das umdrehen. Na, was du holen? Jetzt halt. Leckermisch. So, geil, alle. Hört jetzt irgendwie so. Schalala. Sehr schön, Oma. Sehr, sehr schön. Oh, Mann. This place, it sickens me. With all of its clutter and confusion, it is a monument to your weakness, a portrait of your indecision, the wreckage of what never truly was. It is broken, hollow. just like you. You tried so hard to bring me back. You called out to me from the void. But something else, it is something else, it is also. Mm-hmm. This is a moment a bit unheimlich here. So, dann lass uns doch mal den Aufzug nehmen, der bestimmt unter Wasser funktionieren wird. 10 Euro für den Level-Designer. Es ist wichtig, erstmal schließen, bevor du den Hebel betätigst. Das ist ja wie er gekippt. Wenn du frei bist, dann sollte ich nicht kommen. So, unsere Etage, wunderbar. Dann wollen wir mal durch die Tür, hallo. So, wo sollen wir jetzt hier? Ne, ich glaube du kannst jetzt einmal links, also raus und dann links vorbei oder so? Ne, oh ne, schade. Kannst du mit der Taschenlampe mit dem Herz und was machen? Ne, die ist alles nur ordentlich zugewuchert. Oder müssen wir wieder zurück zum Fahrstuhl? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Willst du wirklich nur unsere Station abfahren? Ja. Wir fahren Station. Und zwar an der Sissi. Wie würdest du das Spiel jetzt bewerten, Benni? Ne 12 von 10. Minus. Also jetzt, ehrlich mal. Na, als Zusammenfassung, wir müssen mal gucken, wie es endet. Also ich bin noch gespannt. Wie lange ist es her? Ich kann mich nicht erinnern. Die Erinnerungen verschwimmen. Ich verliere die Kontrolle. Wir werden immer dünner, während es immer weiter wächst. Also es lässt mich nicht los. Die Frage lautet ja, wie das bis jetzt wieder gut ist. Ja, jetzt glaube ich kommt zu Step by Step die Zusammenfassung. Dass wir ja unsere Schwester verloren haben. Und deswegen. Also jetzt ist es quasi, glaube ich, die einzelnen Stationen nochmal zusammengefasst zu sehen. Was passiert ist. Was auf dem Schiff passiert ist. Oder mit dem Jungen. Wie das aber mit der Autorin, ähm, 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 Leuchtturm zu tun hat. Genauso wie mit dem ersten Teil. Das weiß ich halt noch nicht. Schön. Schön. Viel, viel redet, nichts gesagt gerade. Das ist immer noch nicht auf die Frage die Antwort. Böre little Jimmy. Böre, weck, pathetic little Jimmy. Always the victim. Always the burden. An anchor. Dragging me down. Da bin ich mir zum Beispiel auch unsicher, ob das wirklich unsere Schwester gesagt hat. Oder ob das jetzt einfach nur ein böse Dämon war. Der quasi uns ein schlechtes Gewissen machen möchte. Sodass er sich selbst quasi in den, äh, ich sag jetzt mal leider Gottes in den Selbstmord treibt. Hm. Hm. Okay. Ja. 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 Ich habe es komplett verletzt. Es gibt keinen Platz für mich hier. Nur du. Wer auch das ist. Ich hoffe, dass du wunderschön bist dieses Mal. Ich glaube, dass ich nicht kann. Ich kann nicht. Du. Du kannst mir nicht helfen. Not an ihn. Ich habe es nicht. Hm. Das war mein Ende. Ich habe es nicht verloren. Ich habe es nicht verloren. Exakt. Exakt. Ich bin total lost. Ach komm, echt jetzt. Das kommt doch mal. Ich weiß doch. Was? Okay. Obwohl ich auch gehe, folgt es mir. Ich kann mich nicht befreien an gestaltloser Schatten. Mein Schatten. Er wandelt sich, verändert sich. Genau wie ich. Ist jetzt dieser Dämon, wenn es denn überhaupt einen Dämon gibt, dieses formlose Etwas da? Und ein Tier gefunden. Yeah. Ja, das weiß ich halt nicht, ob das dieses Klumpenfleischgewölbe da ist. Das ist ja das Einzige, was uns halt verfolgt, ne? Was können wir hier high five'n? Okay, dann steck ich mal hin. So, wir müssen hier dann einfach so aus dem Weg kommen. Ruhig, kaputt! Durchlassen! Hm? Was ist denn hier los? Puh, ey. Ich muss noch mal ein paar mal hin und her wischen hier mit der Maus. Mal gucken. Eieiei, das ist ganz schön groß. Okay. Ja, der Safe ist jetzt zu. Safe ist zu. Kein Gold für dich. Kein Gold für mich. Kein Loot. Aber ein neues Gemälde. Wunderbar. Ein schöner Poster, wunderbar. Schön. Jetzt hab ich mich extra aus Pinterest drauf. Wer schießt denn hier? Das ist der vor der Tür hier. Weil der jetzt weg ist. So, okay. So, das kann ich rüber. Ne, ist denn jetzt der Safe wieder offen? Ich hoffe doch. I hope so. Äh, na ne. Ah, vielleicht, wir können ihn aufmachen. Kommst du, zieh durch. Ja, fast. Alter, die. Da ist überhaupt kein Radius. Aaaaah. Soll ich dir helfen? Ne, du kannst meinen Tisch hier um drei Meter verbreitern. Wissen wir, geh cool hier so aus. Warte mal. So. Muss man hier, wieso, wieso. Warte, ich mach mal kurz meine Sensibilität ein bisschen hoch. Oh. Oh Gott. Oh, jetzt, jetzt wird. Ah, warte mal. Ich muss, glaub ich, irgendwie hier stehen bleiben. Kann das sein? Loy. Okay. So, jetzt. Oh, 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 oh. Jetzt musst du mal wieder übernehmen. Meine Sensibilität ist gerade zu fies. Okay, warte. Das war's noch nie. Soll ich noch mal drehen? Dreh mal. So, jetzt musst du. Teamwork. Schatzkiste. Der Schatz ist unser. Okay. 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 Wozu denn diese Scheiße? Wozu diese Scheiße? Bei Gott, was diese... Mann, ey. Wirklich. Dieses Spiel regt mich so weit von auf. Du hast keine beschissene Substanz. Du schickst mich von einem Effekt in den anderen. Hier ist nichts. Nichts. Mann, Alter. Alles nur Zeitraum eine Scheiße, ey. Es ist immer da. Ein Schritt hinter mir. Über mir. Es zieht mich hinein. Meine Haut fällt ab. Ich verwandle mich. In was? Ja, Jojo. Kannst du mir sagen, wie du willst? Du weißt, dass ich recht habe. Es ist einfach irgendwie... Wenn du danach das Spiel beschreiben solltest. Irgendwie. Du kannst nichts sagen. Ja, war irgendwie... Ich wurde immer nur erschrocken. Irgendwas ist immer mit Taschenlampe war da. Und das war es dann. Es ist einfach... Es ist so gottverdammt leer, dieses Spiel, ey. Und dafür so lange. So fucking lange. Ja. Fuck, wie du bei uns hast. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier mal kurz mal abgeflamed habe. Ja, aber das ist wirklich... Also, das ist... Na... Nur Zeitschinnerei hier irgendwie. Eine Anreihung an sinnlosen Aktionen. Jojo schreibt auch gerade, wenn wir nachher am Ende keinen Aha-Effekt haben, dann brauche ich einen Schnaps heute. Den Schnaps kannst du dir schon mal rausholen, Jojo, weil der wird nicht kommen. Der wird einfach nicht kommen. Okay. Jetzt machen wir mal die X-Verfolgung-Szene hier. Die setzen sich bei Bluperteam hin und sagen, komm, lass uns doch mal gucken, welche Szene ist denn wirklich unangenehm? Was hat denn so einen schönen Effekt? Genau. Am besten alle gucken dich an irgendwie und du musst zum x-ten Mal vor irgendwas Formlosen wegrennen. Und so was macht dann Silent Hill 2? Könnte ich... Macht Bluperteam Silent Hill 2? Ja. Genau. Das wird dann interessant. Wie viele Mal habe ich versucht, die Stückchen wieder zusammenzubringen? Nur um sie zu sehen fallen. Ich bin fertig. Alle von uns. Wir können noch nie sein. Okay. Jetzt fliegen da halt die Augen raus. Weil Augen ekelig sind. Ach der wird jetzt zusammengesetzt oder so. Aber nö, wird doch nicht. Dann gehen wir ein Auge fragen. Wir müssen bestimmt runterspringen. Wir müssen bestimmt runterspringen.